Und jetzt müssen wir möglichst schnell alles zumachen, damit dann wirklich nur noch die Duftlenkung sozusagen aus dem Flugloch kommt. Die Bühnen können hier drin bleiben, die gehen nachher, weil das Schied ja sozusagen frei ist, gehen die dann, haben wir das schon mal gemacht. Hast du noch eine Markierung, wo die Königin drin sitzt, gemacht? Nein, die Königin, die ist jetzt brauchen wir den Deckel. Das war ja keine Neu. Das war ja gar keine Neu. Wir haben Markierungen gemacht, damit die immer gleich nachher rausgelegt werden. Da hast du noch? Schieb mal wieder drauf, weißt du? So, ja. Ah, hier. Oh, nee, hab sie weg. Ah, hier klemmt's noch. Ah, das Holz. So, wir werden wieder warten. Ah!